In diesem Video gehen wir zusammen in die schriftliche Heilpraktikerprüfung für Psychotherapie aus März 2014. Wie immer macht es Sinn, dass ihr ein Exemplar dieser Prüfung vor euch liegen habt und wir gemeinsam die Fragen dann durchgehen. Frage Nummer 1. Welche Aussage zur progressiven Muskelrelaxation trifft zu? Auch PMR abgekürzt. Ziel ist eine konzentrative Amnesie, das heißt im Prinzip Gedächtnisverlust durch Konzentration herbeigeführt. Das gibt es so in dem Sinne eigentlich nicht als Entspannungsverfahren, was jetzt mit PMR zu tun hätte. Vorrangiges Ziel ist die Reduktion der Atemfrequenz, kann damit einhergehen, ist aber nicht das vorrangige Ziel. Das Verfahren ist durch willentliches und bewusstes Anspannen und bewusstes Entspannen für Muskelgruppen charakterisiert. Das ist die PMR. Bei akut psychotischen Patienten wirkt es sich günstig auf die Gespanntheit aus. Das ist Kontraindukation, akute psychotische Zustände, da sind alle Entspannungsverfahren weit raus. Die progressive Muskelrelaxation ist die Methode zur Wahl zum Abbau von Zwangshandlungen, das hat damit auch nicht so viel zu tun. Zweite Frage. Welche der folgenden Aussagen treffen zu, wenn Sie einen Patienten bitten, das Sprichwort der Apfel fällt nicht weit vom Stamm zu erläutern? Erstens, dann prüfen Sie das Abstraktionsvermögen, richtig. Dann prüfen Sie eine wichtige kognitive Eigenschaft, wichtig. Können Sie dies beim Nicht-Erfassen des Zusammenhangs mit dem psychopathologischen Begriff des Vorbeiredens bezeichnen? Falsch. Warum ist das falsch? Das Vorbeireden heißt ja im Prinzip, dass man auf eine gestellte Frage nicht weiter eingeht, zum Beispiel indem man auch willentlich versucht, dann das Thema irgendwo umzulenken. Und hier geht es ja quasi um das Nicht-Erfassen eines Zusammenhangs, deshalb passt Vorbeireden nicht. Können Sie dies beim Nicht-Erfassen des Zusammenhangs mit dem psychopathologischen Begriff des Konkretismus bezeichnen? Das stimmt. Konkretismus bedeutet quasi in diesem Sinne, dass jemand nur sehr direkt, konkret denken kann und diese übertragenen, transferorientierten Bedeutungen oder symbolischen Bedeutungen für sich nicht verstehen kann. Fünftens kann dies beim Nicht-Erfassen des Zusammenhangs ein Hinweis auf eine Schizophrenie sein. Das ist richtig. Wenn jemand in solchen Sprichwörtern die Zusammenhänge nicht erfassen kann, kann das auch eine der Hinweise auf eine Schizophrenie sein. Das ist aber kein Phänomen, was allein nicht dann zu einer positiven Diagnose führt. Frage 3. Welche der folgenden Aussagen zu Courier Huntington treffen zu? Erste Symptome der Krankheit zeigen sich meist zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr. Das ist richtig. Bei frühzeitiger Therapie kann die Erkrankung geheilt werden? Leider falsch. Wir haben kein Medikament, keine Therapie, die wirklich gegen dieses Krankheitsphänomen hilft. Drittens, psychische Beschwerden gehen den Bewegungsstörungen oft mehrere Jahre voraus. Das kann man beobachten. Viertens, die Bewegungsstörungen beginnen meist mit Hyperkinesin bei verringertem Muskeltonus. Das ist tatsächlich auch eine Geschichte, die man leider bei diesen Patientengruppen beobachten kann. Also quasi eine Bewegungsstörung, die in dem Sinne als Hyperkinesie bedingt, nicht bedingt, beginnt. Und eine Hyperkinesie wäre da quasi hyper-zufiel-Kinesie-Bewegungsmuster, ein zu viel an ungewollten Bewegungen, die wir da beobachten können. Fünftens, die geistige Leistungsfähigkeit ist nicht beeinträchtigt. Leider doch. Man sieht, dass im Verlauf eigentlich ein demenzieller Abbauprozess auch dominiert ist. Vierte Frage. Welche der folgenden Aussagen zu Rauschdrogen und psychotropen Substanzen treffen zu? Cannabis kann psychotische Symptome einschließlich Horrortrips auslösen. Das ist richtig. Vor allen Dingen, wenn das Setting ein sehr belastendes ist, also viele Menschen um einen drumherum sind, die einen beobachten könnten auch. Aber vor allen Dingen auch typisch bei Cannabis, wenn eine psychotrope Substanz, die jemand nicht gewohnt ist, dann zum Beispiel oral einnimmt, per oral. Also dann quasi zum Beispiel als Brownies, als Kekse isst, wo man ansonsten eher rauchen würde. Oder Dosierungsprobleme treten da natürlich auch auf. Da führt es eher zu einem Auftreten von sogenannten Horrortrips. Cannabis führt zu einer Steigerung der Aktivität und kurzfristigen Leistungsverbesserungen. Cannabis hat schon so ein Stück weit die Auswirkung, stimmungsverstärken zu werden. Also wenn jemand total gut drauf ist, dann wird er nicht plötzlich zu Tode betrübt und andersherum. Aber eine Steigerung der Aktivität oder Leistungsverbesserung sehen wir eher nicht. Keine bekannte Droge wirkt direkt oder indirekt auf das vegetative Nervensystem. Genau umgekehrt, im Prinzip wirken die meisten Drogen, Psychotropen, Substanzen eben auch auf das vegetative Nervensystem. Die Antwortmöglichkeit ist falsch. Der Alkohol kann berühend, spannungslösen und angstabbauend wirken. Das ist tatsächlich eine der kritischen Wirkungen von Alkohol, weshalb sehr viele Patienten, zum Beispiel auch die mit Phobien, sozialen Phobien, generalisierten Angststörungen konfrontiert sind, dann zum Alkohol greifen. Sehr gefährlich. Zur Diagnose eines schädlichen Gebrauchs muss nach ICD-10 eine Toleranzentwicklung vorliegen. Also schädlicher Gebrauch ist schädlicher Gebrauch und dafür muss ich nicht unbedingt eine Toleranzentwicklung drin haben. Also schädlicher Gebrauch ist nicht mit Abhängigkeit gleichzusetzen. Und eine der grundlegenden Leitlinienbestandteile zur Abhängigkeit ist dann nachher auch die Toleranzentwicklung. So die Frage gestellt ist, darf man sie tatsächlich als nicht richtig beantworten. Welche der folgenden Symptome gehören zu den Ich-Störungen bei der schizophrenen Psychose? Hier nochmal, bevor wir in die Frage reingehen. Eine Ich-Störung ist eine Erlebensweise, bei der es zu Störungen der Ich-Umweltgrenze kommt. Im Sinne einer Störung des personalen Einheitserlebens, also des sogenannten Ich-Erlebens. Der Begriff der Ich-Störung umfasst ein Komplex an verschiedenen Symptomen, welche sich phänotypisch teils deutlich voneinander unterscheiden. Also die Ich-Störung sollte dann im weitesten Sinne man auch einmal komplett durchgelernt haben. So im groben Kontext, es gibt Ich-Störungsmuster mit einem Fremdbeeinflussungserleben oder auch rein auf der emotionalen Empfindungsebene. Also Fremdbeeinflussungserleben ist Gedankenentzug, Gedankenausbreitung, Gedankeneingebung. Also dass mir Leute gefühlt die Gedanken rausziehen oder welche auch in den Kopf reinprogrammieren. Rein auf der emotionalen Ebene haben wir Phänomene wie die Derealisation und die Depersonalisation. Das sind die typischen Ich-Störungen. Kommen wir zur Frage, welche Ich-Störungen sind bei schizophrenen Psychosen oder gehören dazu und treten dann auf. Gedankenentzug ist eine, wie eben angedeutet, Ich-Störung. Schlafstörung, Parasomnien, Parasomnien, primäre Insomnie gehört nicht da rein. Affektverarmung ist auch keine Ich-Störung, sondern eine Störung der Affekte. Gedanken laut werden, Ich-Störung, Verfolgungswahn ist dann quasi keine Ich-Störung, sondern eine inhaltliche Denkstörung, die passt hier nicht mehr zu. Sechste Frage, welche Aussage trifft zu? Ein diagnostisches Kriterium für eine depressive Episode ist Dauer von mindestens zwei Monaten. Das passt nicht. Nach ICD-10 reichen sogar im Prinzip zwei Wochen aus, um eine depressive Episode zu diagnostizieren. Dauer von mindestens sechs Monaten. Ängstlich vermeidende Persönlichkeit muss nicht zwingend zu einer Depressionsdiagnose mit dabei stehen. Antriebsminderung ist dann tatsächlich eines der Phänomene, die wir im Kontext einer Depressionsdiagnostik nach ICD-10 mit drin haben. Gesteigerte Libido haben wir eher nicht mit drin, wenn dann eine, was man tatsächlich sehr oft falsch interpretiert. Depressive Patienten haben nicht unbedingt sowieso schon im Bett keine Aktivität mehr. Häufig ist Libido, also Sexualität und Ausleben von Sexualität, eines der wenigen Bereiche, die bei dem depressiven Patienten noch funktionieren. Da muss man immer so ein bisschen auch bei der Medikamentengabe aufpassen. Eine gesteigerte Libido finden wir, wenn dann eher bei manischen Störungsformen, also im Gegenteil von der Depression. Frage 7. Welche der folgenden Merkmale oder Symptome treffen auf einen Patienten mit einer Zwangsstörung zu? Zur Diagnosestellung nach ICD-10 müssen Zwangsgedanken auf jeden Fall, nicht aber Zwangshandlungen vorliegen. Das ist falsch. Es gibt ja nach ICD-10 die Diagnoseklassifikation Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen oder Zwangsgedanken und Zwangshandlungen gemischt. Das heißt, hier müssen nicht das eine, das andere aber nicht zwingend vorliegen, sondern quasi für jede Kategorie für sich genommen. Die Symptome, Zwangsgedanken, Impulse und Handlungen werden von Patienten als unsinnig oder übertrieben erlebt. Das können wir tatsächlich beobachten. Also der Patient, der mit Zwangsgedanken oder Handlungen konfrontiert ist, der kann die soweit einschätzen, als dass er sagt, ja, ich weiß auch, dass es eigentlich unsinnig ist, aber ich habe trotzdem das Problem mit diesen Störungsmustern. Das ist richtig. Die Zwangsinhalte beziehen sich sehr selten auf Themen wie Sexualität und Religion. Das ist eigentlich eher umgekehrt. Ein großer Profiteur ist immer noch die katholische Kirche davon. Die Zwangssymptome bestehen über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen. Das gehört zu den diagnostischen Leitlinien. Der Inhalt der Zwangsgedanken erinnert sich ständig. Patienten, die mit Zwangsthematiken zu tun haben, haben oftmals gleiche oder zumindest ähnliche Inhalte. Das findet sich dann zum Beispiel, jemand hat einen Waschzwang und der hat nicht übermorgen dann plötzlich einen Ordnungszwang. Das findet man eher nicht. Achte Frage. Welche der folgenden Empfehlungen geben Sie einem Patienten mit chronischen Schlafstörungen? Mindestens acht bis zehn Stunden Schlaf täglich anstreben. Das ist zu viel. Und da ist ja noch gar nicht die Nacht mit drin. Einnahme von Benzodiazepin. Schwierig. Darf der Heilpraktiker sowieso nichts verschreiben. Empfehlungen aussprechen ist auch nochmal so eine Kiste. Benzodiazepine haben ein schnelles Abhängigkeitspotenzial. Psychisch, aber vor allen Dingen körperlich. Mit entsprechender Hygienerabseitssymptomatik geht man also sehr vorsichtig mit um. Wenn man nachher psychiatrisch oder neurologisch Schlafstörungen medikamentös mit behandeln möchte, nimmt man eigentlich so ein paar Präparate aus der antidepressiv wirkenden Gruppierung, die dann auch sedierend wirken, die man sehr gut dann für so eine wieder gerade Biegung von so einem durcheinandergebrachten Schlafwachrhythmus mit einbringen kann. Aber das macht alles der Facharzt für was auch immer. Internistik, Psychiatrie, Neurologie. Direkt vor dem Zu-Bett-Gehen eine Stunde Joggen gehen. Ja, die Idee ist natürlich, macht einen müde, aber der Körper geht natürlich da auch in so eine gewisse Aktivierung rein. Ist eher nicht empfehlenswert. Auf längeren Tagsschlaf verzichten, nicht zu früh ins Bett gehen. Richtig. Regelmäßig zeitlichen Schlafrhythmus beibehalten. Auch das wäre eine Empfehlung, die man dann aussprechen kann. Einfachauswahl. Ein alkoholkranker Patient schildert das Hören von Stimmen. Sie stellen eine ängstliche, angespannte Grundstimmung mit einer Flucht-Tendenz fest. Welche Diagnose passt am ehesten? Korsakoff-Syndrom, Hebiphrenie, Delirium Tremens, Alkoholhallucinose oder Wernicke-Enzephalopathie. Hier ist natürlich andererseits wichtig, alkoholkranker Patient und extrem wichtig, Stimmen hören. Das heißt, wir haben einen Hinweis auf eine akustische Halluzination, die am ehesten bei einer Alkoholhallucinose auftritt. Das wäre Antwortmöglichkeit D. Korsakoff-Syndrom geht am ehesten mit so einer Trias, also dreiartigen Symptomatik, Merkfähigkeitsstörung, Orientierungsstörung, konfabulieren einher. Konfabulieren, ausfüllen von Erinnerungslücken mit Fantasieinhalten, passt nicht. Hebiphrenie ist eine Unterform der Schizophrenie, passt nicht zum Patienten. Delirium Tremens, ängstliche, angespannte Grundstimmung, Fluchttendenz, unruhiger Patient, vielleicht bis hin zu Bewusstseinsstörung, Orientierungsstörung. Da sollte man auch immer an Delir gedacht haben, aber typisch ist hier das Hören von Stimmen, akustische Halluzinationen. Das Delir geht eigentlich, oder Delirium Tremens eher mit optischen Halluzinationen einher. Die Wernicke-Enzephalopathie ist vor allen Dingen durch Orientierungs- und Bewusstseinsstörung geprägt. Das passt hier auch nicht. Also hier am ehesten die Alkohol-Halluzinose. Zehnte Frage. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Typische körperliche Folgen einer Erkrankung an Anorexia nervosa sind. Kaliummangel mit Herzrhythmusstörungen, woraus dann plötzlich Herzrott folgen kann. Das ist richtig. Durch Fehlmangel oder gar nicht Ernährung kann es zur Verschiebung von Blutsalzen kommen, die dann entsprechend auch Muskelbeschwerden, also Muskelbeschwerden in Anführungszeichen, hervorrufen, dass die Muskelautur einfach nicht mehr so arbeiten kann. Und dann kann es auch zu Herzrhythmusstörungen kommen. Bluthochdruck ist eine Sache, die findet man eher weniger, wenn dann nicht die Hypertonie, sondern eher eine Hypotonie. Also der Blutdruck geht eher zu tief. Zyklusstörung, richtig am Menorö, ausbleibende Regeblutung bei sehr schlanken Frauen. Osteoporose mit erhöhtem Risiko einer Fraktur. Pathologische Frakturen nenne ich das Ganze dann nachher. Also auch richtig. Auch hier wieder durch die Fehl- und Mangelernährung. Blutbildveränderung kann man eben auch im Labor nachher nachweisen. Elfte Frage. Welche der folgenden Aussagen zur paranoiden Persönlichkeitsstörung treffen zu? Übertriebene Empfindlichkeit bei Rückschlägen und Zurücksetzungen. Richtig, das passt zur paranoiden Persönlichkeitsstörung. Übermäßige Vorliebe für einzigängerische Beschäftigung. Das ist eher so schizoide Richtung. Sehr geringe Frustrationstoleranz und niedrige Schwelle für aggressives, auch gewalttätiges Verhalten. Das passt nicht zur paranoiden Persönlichkeitsstörung, das ist eher dissozial. Was zum Beispiel eine Persönlichkeitsstörung angeht oder Impulskontrollstörung vielleicht auch mit anhergeht. Streitsüchtiges und beharrliches situationsunangemessen bestehen auf eigenen Rechten. Das ist etwas, was wir bei den paranoiden Persönlichkeitsstörungen sehen. Übermäßige Pedanterie und Befolgen von Konventionen. Das ist eher typisch für diese anankastische Richtung. Zwölfte Frage. Welche der folgenden Aussagen treffen zu Risikofaktoren für eine vaskuläre Demenz? Also vaskuläre Demenz ist eine organisch bedingte demenzielle Problematik, die man in der Gefäßsituation fixieren kann. Alzheimer-Demenz in der Familie ist kein Risikofaktor für das Auftreten einer vaskulären Demenz. Bluthochdruck, richtig, blöd für die Gefäße. Rauchen, richtig, blöd für die Gefäße. Diabetes mellitus und Fettstoffwechselstörung, auch beide richtig, weil auch beide blöd für die Gefäße. Vaskuläre Demenz, Erkrankung des Gefäßsystems im Kopf. Bluthochdruck, Rauchen, Diabetes und Fettstoffwechselstörung nicht gut. Welche Aussage zur Dyskalkulie trifft zu? Die Dyskalkulie ist ein einheitliches Störungsbild. Wir sehen quasi eher einerseits die Dyskalkulie als Oberbegriff für verschiedene andere. Das heißt, es ist eine Krankheitsgruppe in dem Sinne. Die Dyskalkulie tritt bei jedem vierten Kind auf. Das wäre eine Inzidenz von 25 Prozent, um Gottes Willen, bei unter 5 Prozent. Es gibt unterschiedliche Erhebungsmechanismen. Und der eine guckt so da drauf, der andere so, dann findet man auch immer unterschiedliche Zahlen. Aber man sagt so ungefähr 5 Prozent. Bei der Dyskalkulie handelt es sich um eine Störung beim Umgang mit Zahlen bei reduzierter Gesamtintelligenz. Das ist nicht richtig. Eine Intelligenzminderung, die ja nach ECD 10, F7 Kategorie in leicht, mittelgradig, schwer und schwerste Intelligenzminderung unterschieden wird, ist tatsächlich ein Ausschlusskriterium für eine Dyskalkulie. Also wenn eine Intelligenzminderung vorliegt, dann wird keine Dyskalkulie diagnostiziert, dann wird auch keine Lese-Rechtschreib-Schwäche diagnostiziert. Die Problematik der Dyskalkulie macht sich erst in den höheren Schulklassen bemerkbar. Das stimmt insofern nicht, als dass wirklich eine fundierte Problematik im Umgang mit Zahlen und Rechenformen, das quasi im Erstkontakt mit Zahlen schon kommt. Also das hat man teilweise im Kindergarten schon. Die Dyskalkulie sagt nichts über die Intelligenz des Betroffenen aus. Das wäre tatsächlich eine richtige Aussage. Frage 14. Welche der folgenden Aussagen zum Störungsbild einer sozialen Phobie treffen zu? Die Ängste treten vorwiegend in größeren Menschenmengen auf. Das passt nicht so gut. Das passt eher zu einer agoraphobischen Störung. Die Störung tritt ganz überwiegend bei Männern auf. Es ist eher umgekehrt. Also Männer erkranken auch an einer Agoraphobie oder haben die Symptome an einer Agoraphobie. Nicht, weil jemand an einer Agoraphobie erkrankt hat, hat er ja agoraphobische Symptome. Weil jemand agoraphobische Symptome hat, kann man das unter einer Agoraphobie diagnostizieren. Behaltet diese Denkrichtung des ICD-10, F-Kategorie, immer im Kopf. Der ist deskriptiv, nicht ursachenorientiert. Und woher die Symptome kommen, sagt der ICD-10 an der Schnittstelle überhaupt nicht. Insgesamt können wir aber in der Statistik sehen, Frauen haben typischerweise ein höheres Erkrankungsrisiko an der Agoraphobie. Soziale Phobien sind in der Regel mit einem niedrigen Selbstwertgefühl verbunden. Das sagen die Leute. Die Symptome können sich bis hin zu Panikattacken verstärken. Das beobachten wir bei den Leuten. Soziale Phobien können sich in Beschwerden wie Händezittern, Übelkeit und Drang zum Wasserlassen äußern. Das ist so diese typische Symptom-Trias, die wir bei der Sympathikusreizung auch so ein Stück weit sehen. Da kann man sich wunderbar mal ein paar Videos zum Thema Panikstörungen anschauen, chronische Hyperventilation. Da ist Sympathikusreizung in der Regel immer überall mit drin, zumindest bei mir. Und da kann man dann nochmal ganz gut verstehen, wie funktioniert eigentlich so ein Sympathikus. Also unser Körper hat nur Sympathikus, Parasympathikus. Und wir wissen, Sympathikus, unser Körper kann mehr Stress oder nicht so viel Stress machen. Und die Symptome, die dann mit mehr Stress einhergehen, sind typischerweise dieses Kaltschweißigkeit, Händezittern, Palpitation, das Herzschleckgefühl bis unter das Kinn, Atembeschwerden, Druckaufühler auf der Brust mit Schwierigkeiten beim Durchatmen. Man wird wieder über eine Lauke, über eine Wolke laufen. Ganz typische Beschwerden, die da die Patienten auch äußern, die relativ schnell wieder weggehen, wenn der Sympathikus wieder so ein bisschen vom Körper zurückgefahren werden kann. Kaugummi kauen hilft erstaunlicherweise. Man weiß evolutionsbiologisch, das ist ja Fight-or-Flight-Prinzip, diese Sympathikusreizung, dass unser Körper einen Lebensgefahrschutzreflex aufbaut. Und in der Zeit haben wir eben auch solche Sachen wie, wir haben Schiss, also unser Körper entledigt sich von Verdauungsprodukten, weil der braucht das Blut jetzt gerade woanders als zur Verdauung nachher. Wir wollen aber kämpfen. Und wenn wir dann anfangen zu essen, Kaugummi kauen, suggerieren wir unserem Körper, hey, ich esse ja gerade was, also es kann gar nicht so schlimm sein. Und deshalb, also ich würde jetzt nicht irgendwie in der Prüfung anfangen, da mir Brötchen reinzuzwingen, aber so Kaugummi kauen hat bei ganz vielen Leuten sehr positive Effekte. Das könnt ihr euch so als kleinen Tipp mal mitnehmen. Nächste Frage. Welche der folgenden Aussagen zur Suizidalität treffen zu? Die meisten Menschen, die einen Suizid begehen, sind weder psychisch noch körperlich krank. Umgekehrt, also am häufigsten können wir tatsächlich bei Suizidanten, Suizidleuten tatsächlich psychische oder eben auch körperliche Krankheiten sehen. Die Suizidrate hat in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Das ist nicht der Fall. Sie hat sogar eher tendenziell abgenommen. Seit einigen Jahren sehen wir wieder so ein leichtes Steigen. Jetzt gerade in der Corona-Situation ganz viele Suizide, die man natürlich über die Presse nicht veröffentlicht und natürlich auch nicht mitbekommt. Aber da passiert leider gerade eine ganze Menge. Suizide werden in den seltensten Fällen angekündigt. Die werden eigentlich ganz oft angekündigt. Das heißt, man hat ganz klare Zahlen, die belegen, ein Mensch, der sich das Leben genommen hat, der hat im Monat davor einen Arzt oder Therapeuten noch versucht zu kontaktieren. Frühere Suizidversuche erhöhen das Risiko. Das ist richtig. Suizidversuch in der Anamnese ist immer ein Gefährdungsfaktor. Die Suizidrate ist bei Männern höher als bei Frauen. Das ist auch richtig. Man sagt da, der Suizid ist der vollendete Suizid. Der Suizidversuch ist dann nur der Versuch. Frauen, weicher Suizid, Tabletteneinnahme, Hilfe, ich habe ein Thema. Bei Männern ist es eher der Punkt, die sagen, okay, ich mache Schluss und springe von ganz oben irgendwo runter, wo sie auch nicht jetzt irgendwie wieder da zurück schweben können. Frage 16. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wir dürfen zur Antworten wählen. Sogenannte Flashbacks, also Nachhaltszustände, Nachhaltserinnerungen, treten typischerweise auf. Bei fortgeschrittener Demenz, da treten ja eher amnestische Probleme auf als Flashbacks. Akute manische Episode, das passt auch nicht, die haben eher so eine Ideenflucht, der Maniker. Konsumenten von Halluzinogenen, Halluzinogene können solche Flashbacks auslösen. Und eben auch die Patienten, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Quirulatorische Persönlichkeitsstörung ist quasi ein etwas veralteter Begriff, der anstelle einer paranoiden Persönlichkeitsstörung auch gesetzt werden kann. Das passt nicht. Nächste Frage. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Als Ursachen für Schlafstörungen kommen in Frage Einnahme von Amphetamin, die Rücken am Schlaf. Schilddrüsenüberfunktion, richtig. Demenz geht mit Schlafstörungen anher. Zerebrale Durchblutungsstörungen können mit Veränderungen im Schlaf-Wachrhythmus anhergehen. Depressionen führen typischerweise auch zu Schlafstörungen. Der Fragebegriff Schlafstörungen, also irgendeine Parasomnie in dem Sinne, ist ja sehr weit gefasst. Und da können wir tatsächlich sagen, bei allen Krankheitsbildern treten irgendwelche Schlafstörungen mit auf. Bei einem Patienten tritt nach einem Unfall mit SAT, also Schädel-Hirn-Trauma, eine zweistündige Erinnerungslücke für das Geschehen nach dem Unfall auf. Welche Diagnose trifft am ehesten zu? Retrograde Amnesie. Das wäre eine Erinnerungslücke, die nach hinten wegläuft ab dem Ereignis. Alkohol-Entzugs-Delir geht in dem Sinne nicht wirklich mit einem solchen Geschehen einher. Also wir haben ja hier ein SAT-Trauma in der Anamnese. Also das passt jetzt nicht, dass da plötzlich auch ein Alkohol-Entzugs-Delir noch kommt. Anterrograde Amnesie. Richtig. Retrograd nach hinten gerichtet, Anterrograd nach vorne gerichtet. Also ganz typisches Präparat, wenn wir im Rettungsdienst unterwegs waren und mussten jemanden so eine Kurznarkose legen, dann nimmt man am liebsten Dormicum-Ketaness. Das ist so eine ganz typische Standardmischung, die man den Leuten verabreicht, den Leuten Ketaness alleine zu geben. Ich habe mal gehört, das ist wie in einem Schuhkarton durch einen Kaufhof mit Lichtgeschwindigkeit zu fliegen. Also gibt man den Leuten auch noch was dabei, was sie das vergessen lässt wieder. Und dann nimmt man das Dormicum. Das heißt, Dormicum bedingt eine sogenannte Anterrograde Amnesie. In dem Moment, wo das Zeug in der Birne knallt, speichert sich nichts mehr ab. Hatte ich bei meiner Weisheitszahlen-OP damals auch bekommen, das war ganz lustig. Da habe ich das dann oral genommen als Tablette. Kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwie ein bisschen durch die Praxis gewandert bin. Habe mir die Fische im Aquarium angeschaut, war dann irgendwann auf Toilette und dann bin ich da eingeschlafen. Aber irgendwie, die Zähne sind zumindest raus. Also hat das ja alles geklappt. Also hier Anterrograde Amnesie, organisches amnestisches Syndrom, dissoziative Amnesie, das passt auch beides nicht zu einem Unfallgeschehen mit dazu. Also ganz typisch SHT, Komotio Cerebri, kurzzeitige Amnesie-Erinnerungslücke, die dann eben Anterrograd abläuft. Lithium. Welche Aussage zu Lithium trifft zu? Lithium, muss man ja sagen, gehört zur Medikamentengruppe der Phasenprophylaktika. Korrekt. Lithium besitzt eine hohe therapeutische Breite. Nee, es wird also tatsächlich nur im Sinne der affektiven Störungen mit eingesetzt zur Verhinderung der auftretenden Phasen bei manisch-bipolaren, also jetzt quasi manisch-depressiven Patienten. Gripale Infekte beeinflussen die Lithium-Wirkung nicht. Doch gibt es Wechselwirkungen. Die therapeutische Wirkung von Lithium setzt innerhalb weniger Minuten ein. Man braucht so ungefähr eine Woche, bis das Zeug antitriert ist und einen vernünftigen Plasmaspiegel hat. Lithium hat in erster Linie eine antriebssteigernde Wirkung. Das ist ein sogenannter phasenstabilisierender Wirkstoff. Der hat nichts mit antriebssteigernd oder sedierend zu tun. Zwanzigste Frage. Welche der folgenden therapeutischen Techniken gehören zu den typischen verhaltenstherapeutischen Verfahren? Reizkonfrontation? Richtig. Training sozialer Kompetenz? Richtig. Training sozialer Kompetenz, typischer verhaltenstherapeutischer Ansatz auch bei Autismus. Hypnose ist keine Verhaltenstherapie. Kognitive Therapie? Richtig. Ist ja quasi kognitive Verhaltenstherapie. Genogramm? Das ist, wenn man in der systemischen Therapie so ein bisschen Zeit mit dem Patienten gerne verbringen möchte, dann kann man auch mal ein Genogramm machen. Kann man auch sagen, da kann man auch den Patienten in ein Glas pinkeln lassen und daran rumrühren. Ich freue mich schon auf eure Rückmeldung. Ich bin ja selber systemischer Familientherapeut und Einzeltherapeut. Welche der folgenden Aussagen zur Katatonischizophrenie treffen zu? Sopor ist ein Leitsymptom. Sopor, Somnolenz, Koma, das sind quantitative Bewusstseinsstörungen, die jetzt nicht zu einer Katatonischizophrenie dazugehören. Erregungszustände sprechen gegen eine Katatonischizophrenie. Umgekehrt, die Erregungszustände sind eher sogar typisch bei der Katatonischizophrenenform. Das klinische Bild wird von Wahnvorstellungen und akustischen Halluzinationen beherrscht. Das finden wir eher bei der paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie. Typisch ist die automatische Befolgung von Anweisungen im Sinne einer Befehlsautomatismus. Das war kein Deutsch. Im Sinne von Befehlsautomatismen. Das ist richtig. Psychomotorische Störungen stehen im Vordergrund. Auch das passt zur Katatonischizophrenie. 22. Frage. Welche psychische Erkrankung zeigt als Hauptmerkmal die Tendenz, impulsiv zu handeln, ohne Berücksichtigung von Konsequenzen? Histrionische Persönlichkeit geht eher mit theatralischem Verhalten einher. Schizophrenia simplex ist eher gekennzeichnet durch Minus- oder Negativsymptomatik. Anarkastische Persönlichkeitsstörungen ist eher geprägt durch starke Rigidität. Schizioaffektive Psychose vereint quasi Phänomene der Schizophrenie und der affektiven Symptomatiken. Depression, Manie passt auch nicht. Emotional instabile Persönlichkeitsstörungen. Die geht vor allen Dingen beim impulsiven Typ entsprechend mit diesen impulsiven Verhaltensweisen einher. Frage 23. Welche der folgenden Aussagen zur Psychotherapie bei Anorexia-Nervose treffen zu? Bei einem Bodymart-Index unter 17,5 ist grundsätzlich eine stationäre Psychotherapie erforderlich. 17,5 ist in der BMI-Betrachtung die Ober- und Untergrenze für Untergewicht, Normalgewicht. Also das ist alles noch im Rahmen. Gruppentherapien haben sich nicht bewährt, doch macht man vorrangig in der Therapie, ist also auch falsch. Die Behandlungsbereitschaft ist hoch, falsch ist eher niedrig und die Krankheitseinsicht ist ja auch im Prinzip sehr niedrig bis nicht vorhanden. Das passt also gerade nicht. Sinnvoll ist eine Therapie der Körperschemastörung. Körperschemastörung ist ein typisches Phänomen, was wir bei der Anorexia sehen, bei der Volumia nicht. Da ist auch die Compliance, also die Bereitschaft des Patienten mitzuarbeiten, recht groß, auch bei Binge-Eating auch. Bei jungen Patienten sollten die Eltern in die Psychotherapie mit eingezogen werden. Richtig, das hat sich bisher in der Herangehensweise einfach bewährt. Frage 24. Welche Aussage trifft zu, die Vermittlung des Autogen-Trainings sollte unterbleiben bei epileptischen Anfällen in der Vorgeschichte? Wenn jetzt akut nicht irgendwie eine Genese im Raum steht, wo jemand plötzlich vermehrt wieder Anfälle hat, kann er das gerne machen. Metabolisches Syndrom mit Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes. Das ist keine Kontraindikation, auch der kann autogenes Training machen. Intelligenzminderung leichten Grades. Gut, man kann natürlich, wenn man so ein Training vermitteln möchte, unterscheiden zwischen wirklich der Anleitung zum autosuggestiven, autogenen Training. Jemand kann sich selber dann Suggestionen setzen. Oder man geht einfach mit den Leuten so ein bisschen auf eine Traumreise. Und das kann man mit allen Intelligenzgruppen ganz gut machen. Das ist also auch falsch. Schwere Konzentrationsstörungen sind dann eher kontraindikativ, weil die Leute sich damit natürlich noch mehr Druck aufbauen. Die kriegen sich schon nicht richtig konzentriert. Und dann ist das autogene Training ja auch eher eine Konzentrationsgeschichte. Das ist also tatsächlich richtig. Enttäuschende Erfahrung mit anderen Selbstentspannungsmethoden ist keine Kontraindikation dafür. 25. Angehörige berichten Ihnen über einen 50-Jährigen wegen einer psychischen Erkrankung berenteten Mann, der keinerlei Eigeninitiative mehr zeigt und zunehmend die Körperpflege vernachlässigt. Sie vermuten ein schizophrenes Residuum, also quasi auf eine Schizophreniererkrankung, folgende langfristige schizophrene Symptomatik. Welche der folgenden anamnestischen Angaben stützen Ihren Verdacht? Langjährige schwere Alkoholkrankheit, hat mit dem schizophrenen Residuum nicht viel zu tun. Seit über einem halben Jahr rasch zu einer Gedächtnisstörung. Das wäre eher dann ein Hinweis auf eine Demenz. Der Patient sehr jung, in dem Alter ist eine Demenzerkrankung mit einer hohen Progredienz, die so nach vorne eilt. Seit über einem Jahr deutlich verminderter Aktivität, passt zum schizophrenen Residuum. Ausgeprägter Verfolgungswahn vor fünf Jahren, passt zum schizophrenen Residuum, weil wir dadurch Schizophreniererkrankungen haben und in der Zwischenzeit jetzt quasi diese Negativsymptomatik hervorsteht. Einnahme von Methadon. Methadon ist ein Präparat, was man für ehemals Opiat-abhängige einsetzen kann, um die vom Opiat fernzuhalten. Vorrangig Heroin. Das passt hier nicht. Frage 26. Eine Unterbringung im Sinne des Unterbringungsrechts kann auch bei medikamentenabhängigen Personen erfolgen. Richtig. Eine mehrwöchige Unterbringung setzt einen Gerichtsbeschluss voraus. Richtig. 27. Und damit vorletzte Frage. Welche der folgenden Aussagen zu Wahrnehmungsstörungen treffen zu? Eine Pseudo-Halluzination ist eine Fehlinterpretation eines realen Sinnesrechts. Das ist falsch. Halluzination zur Illusion. Halluzination ist eine Sinneswahrnehmung ohne Sinnesreiz. Illusion eine Sinnesverkennung quasi, wo ein Sinnesreiz ja aber besteht. Also jemand sieht, da steht eine Person, ist aber eigentlich nur ein Baum der Dunkelheit und so. Pseudo-Halluzination ist eine Sinneswahrnehmung ohne Sinnesreiz, aber mit dem Bewusstsein, mit der Bewusstheit oder dem Bewusstsein, dass es sich um eine Halluzination handelt. Also ist das in dem Sinne quasi falsch. Bei einer Illusion kann der Betroffene den Trugcharakter erkennen. Das ist quasi bei der Illusion nicht so, weil ich ja quasi eine Verkennung habe, mit der ich mir nicht bewusst bin. Halluzination sind Sinneswahrnehmung äußeren Reiz. Jetzt habe ich das eben schon verraten. Das ist richtig. Halluzinationen sollten erfragt werden. Ja, also je nachdem, welchen Patienten ihr nachher vor euch habt. Also ich würde jetzt nicht, wenn jemand reinkommt und sagt, ich habe ein Problem bei der Arbeit mit Mobbing. Das ist nicht meine erste Frage, ob er auch Halluzinationen hat. Körperhalluzinationen sind typisch für leichte bis mittelschwere Depressionen. Ne, also so Zynesthesien oder taktile Halluzinationen, die sehen wir bei psychotischen Zuständen und auch bei zum Beispiel Maninen. So dieses taktile Körper halluzinierte, aber nicht bei leichten bis mittelschweren Depressionen. Letzte Frage. Welche Aussage trifft zu, eine formale Denkstörung bei Schizophrenie ist oder sind Interessensverlust, euphorische Stimmung, bizarres Verhalten mit der Vorstellung verfolgt zu werden, Gedankensperre oder befehlende Stimmen? Richtig ist hier die Gedankensperre. Das ist im Prinzip die formale Denkstörung, die bei einer Schizophrenie mit auftreten kann. Ein Interessensverlust oder die euphorische Stimmung, die passen eher in die Störung der Affekte mit rein, die ECDC in F3-Kategorie. Bizarres Verhalten mit der Vorstellung verfolgt zu werden, da ist ein Hinweis auf ein Wahnkonstrukt mit drin. Das passt auch nicht auf die formale Denkstörung. Befehlende Stimmen sind in dem Sinne auch eine Wahnwahrnehmungsstörung, häufig auch bei Schizophrenien, aber keine formale Denkstörung in dem Sinne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017